Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit zu meinem elften Matchetalk in dieser Saison zu unserem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Das Spiel wird am 25. Oktober um 18.30 Uhr in Müngersdorf stattfinden und wir treffen auf einen Gegner, der aus meiner Sicht nicht umsonst auf Tabellenplatz 5 steht. Auf einen Gegner, der jetzt am vergangenen Spieltag die erste Saison Niederlage kassiert hat und auf eine Mannschaft, die sehr unbequem und unangenehm zu spielen ist. Da ist unser FC gerade nach der Klatsche jetzt in Darmstadt absolut unter Zugzwang zu Hause zu punkten, aber das wird in jedem Fall alles andere als einfach. Ich habe mir, wie ihr es kennt, den Gegner mal genau angeschaut, habe einige Statistiken und Fakten zur Begegnung Köln-Paderborn herausgesucht. Und auch zu dem entscheidenden Personal beim Gegner kann ich in jedem Fall auch was sagen. Daher Freunde, lehnt euch zurück, genießt das Video mit mir und ohne zu schnacken starten wir mit den Statistiken und Fakten zur Begegnung Köln-Paderborn hinein. Es ist so, dass der FC und der SCP 14 Mal bislang aufeinander getroffen sind. Hierbei gab es 5 Siege für Köln, 5 Remis und 4 Niederlagen, also 4 Siege eben für Paderborn. Der FC ist in der Bundesliga gegen Paderborn noch unbesiegt. Dort gab es auch die beiden letzten Aufeinandertreffen in der Saison 2019-2020. Dort gewann Köln zu Hause mit 3 zu 0 und auswärts mit 2 zu 1 in Paderborn. Der FC und auch der SCP kassierten am vergangenen Spieltag eine derbe, derbe Klatsche. Köln ging 1 zu 5 in Darmstadt unter und Paderborn verlor 0 zu 3 auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Der FC erzielt durchschnittlich 2,26 Tore in seinen Heimspielen und Paderborn 1,74 Tore im Schnitt in den Auswärtsspielen. Das könnte für eine torreiche Begegnung sprechen. Paderborn erzielt 31% seiner Tore zwischen der 46. und 60. Minute. Also die Paderborner sind immer extrem gut in der Anfangsphase der zweiten Hälfte. Und das Gegenstück unserer FC erzielt 19% seiner Tore in der ersten Viertelstunde. Das heißt, der FC kommt nach Anpfiff gut in die Partie und Paderborn eben nach der Halbzeitpause. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante entgegengesetzte Statistik. Und abschließend kann man auch sagen, dass der SCP Paderborn mit Aaron Zehnter einen Top-Vorlagengeber der Liga stellt. Er konnte bereits 4 Tore vorbereiten. Der FC hat aber eben mit Leart Pacarada und Lindenmeiner die beiden Top-Vorbereiter der Liga. Leart konnte 6 Tore vorbereiten und Lindenmeiner 5. Also hieran sieht man auch, dass beide Teams offensiv auf jeden Fall gut dabei sind. Das wären die Statistiken und Fakten eben zur Begegnung und zum Gegner, zum SCP Paderborn. Und von den Statistiken gehen wir wie immer rüber zu dem entscheidenden Personal und starten als allererstes mit dem Player to Watch. Und Player to Watch war für mich auch dieses Mal relativ einfach, denn Player to Watch beim SCP Paderborn ist ganz klar Philipp Biblia. Der 24-jährige Berliner kam im Sommer 2023 für 500.000 Euro vom HSV nach Paderborn. Er konnte jetzt in 9 Liga einsetzen, 5 Tore erzielen, 1 Tor vorbereiten. Ist für einen Spieler, der über den rechten Flügel kommt, eine sehr, sehr gute Quote, wie ich finde. Er kann auch auf dem linken Flügel spielen oder eben sogar als Mittelstürmer. Neben dieser Variabilität, was die Position angeht, glänzt er in jedem Fall auch mit einer guten Technik und er ist ein Spieler, der mit seinen 24 Jahren auf jeden Fall sich extrem gut noch weiterentwickeln kann. Und auf lange Sicht traue ich ihm auf jeden Fall auch die Bundesliga zu. Sehr interessanter Spieler, den man auf jeden Fall im Auge haben muss und bei Paderborn in dieser Saison auf jeden Fall bisher. Und ich gehe davon aus, auch im Verlauf der Saison ein absoluter Leistungsträger. Vom Player to Watch geht es nun rüber zum Kopf des Ganzen, nämlich zum Trainer. Und Trainer ist seit dem 1.7.2021 Lukas Quasniok. Der 43-Jährige übernahm damals für unseren Ex-FC-Coach Steffen Baumgart und seitdem spielt der SCP meiner Meinung nach in der 2. Liga regelmäßig eine solide bis gute Saison. Er ist ein klarer Dreierkettentrainer. Er lässt in den meisten Fällen in einem 3-4-3 flach spielen. Es gab aber je nach Gegner, da variiert Quasniok immer ein bisschen, auch schon ein 3-4-2-1 und ein 3-4-1-2. Er trainierte vor Paderborn, Saarbrücken, sämtliche Jugendteams vom KSC und eben Carl Zeiss Jena. Und daher ist er in seiner immer noch relativ jungen Trainerkarriere auch schon relativ viel rumgekommen. Und man muss sagen, er ist ja so von seinem Wesen schon so ein bisschen so ein Baumgart-ähnlicher Typ. Daher ist er für mich auch die perfekte Nachfolgeperson eben für Baumgart gewesen. Das stellt er jetzt seit Jahren unter Beweis und zeigt halt eben auch, dass er ein guter Coach ist, der immer mit der Zeit geht und es auch immer wieder schafft, Paderborn trotz sämtlicher Abgänge immer wieder auf einem ähnlichen oder sogar besseren Niveau zu halten oder eben weiterzuentwickeln. Daher Lukas Quasniok auch ein cooler Trainer, ein cooler Typ und auf jeden Fall auch der Kopf des SC Paderborn. Nun geht es rüber zu den Ausfällen auf beiden Seiten und wir starten mit unserem 1. FC Köln, denn das ist relativ schnell erzählt. Luka Kilian und Jakob Christensen fallen weiterhin langfristig aus, haben ja beide einen Kreuzbandriss erlitten gehabt. Dejan Lubicic ist nach seiner Mandel-OP wieder zurück im Training. Da wird man aber noch abwarten müssen, ob es denn reicht für den Freitag und wenn es reicht, wie lange Dejan dann überhaupt spielen könnte. Also ich denke mal, sollte es reichen, wenn wir den Lubicic maximal 15 Minuten sehen. Ansonsten sind alle Spiele einsatzfähig, daher wird es sehr spannend zu sehen, wen Gerhard Schuber dann in den finalen Kader berufen wird. Bei Paderborn gab es noch keine Pressekonferenz zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Da kann man aber mit Sicherheit sagen, dass Visa Miss Leo mit einem Mittelfußbruch ausfällt, Mathis Hansen mit einer Sprunggelenksverletzung und Laurin Kurda ist mit Gelb-Rot-Sperre ebenso raus. Florian Prus ist noch fraglich, da konnte ich es im Internet nicht auslesen, wie lange er denn letztendlich ausfiel, aber er fiel eben zuletzt aus, daher könnte es sein, dass er eben noch on top kommt. Das sind die Ausfälle, die ich in jedem Fall sagen kann. Sollte es noch weitere geben, dann entschuldigt dies, da kann ich, weil ich von Paderborn zu weit weg bin, noch nicht mehr zu sagen, aber das ist in jedem Fall das, was ich rausfinden konnte und daher sind das die Ausfälle oder voraussichtlichen Ausfälle dann für unser Spiel am Freitag. Im vorletzten Punkt dieses Videos gehen wir in die Aufstellung unseres 1. FC Köln rein und hier kann man jetzt natürlich viel spekulieren. Es gab ja Training unter Ausschuss der Öffentlichkeit, da wurde spekuliert, gibt es eine neue Formation, wird Schubert extrem viel rotieren. Das ist sehr schwierig zu sagen, ich für meinen Teil glaube aber nicht, dass er das so krass macht. Ich habe die Mannschaft wie folgt aufgestellt, Jonas Urbic ist bei mir im Tor. Ich glaube, auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass er nicht dahin gehört, dass Jan Thielmann hinten rechts wieder starten wird. Timo Hübers, Julian Pauli geben die Innenverteidigung, Lea Pakarada auf der linken Seite, Erik Martin und Denis Hussein Basic bilden die Zentrale, Tim Lemperle auf der rechten Seite, weil es eben für Lubicic noch nicht reicht, Linden Meiner auf der linken Seite und Downs und Waldschmidt eben im Stor. Ich denke, dass für Kainz und für Finkrewe das weiterhin noch zu früh ist. Die beiden werden wir dann wahrscheinlich und hoffentlich wieder von der Bank sehen, aber ich denke, dass es nicht zu wirklich vielen Umstellungen kommt. Klar kann man jetzt spekulieren, dass es vielleicht eine andere Formation gibt, eine Dreierkette etc. pp. Ich glaube aber nicht, dass Struber das macht, sondern dass es eher um Aufarbeitung in Sachen Worten ging. Daher wäre das meine Aufstellung für das kommende Spiel. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr aufstellen würdet und würdet ihr vielleicht sogar auch eine andere Formation wählen. Bin gespannt, wie dazu eure Meinung ist. Und abschließend gibt es natürlich mein Fazit und eben mein Tipp zu dem Spiel. Ich habe es am Anfang von dem Video gesagt, Paderborn ist nicht umsonst auf dem fünften Tabellenplatz. Ist eine sehr unbequeme Mannschaft. Auch eine Mannschaft, die immer wieder in der Lage ist, gerade gegen Top-Teams zu punkten und da über sich hinaus zu wachsen. Da kann gerade in den letzten Jahren auch der HSV ein Lied drüber singen. Und daher muss ich sagen, muss unser 1. FC Köln echt schon einen sehr guten Tag haben. Und vor allen Dingen im Gegensatz zu den letzten Wochen auch mal konzentriert und gut verteidigen, wenn man da wirklich was holen möchte. Es wird sich in diesem Spiel auch zeigen, wie sehr diese Krisensitzung und dieses Training unter Ausschuss der Öffentlichkeit bei der Mannschaft gewirkt hat. Pierre hatte das in einem Video die Tage gut gesagt. Liebe Grüße, mein Freund. Dass das so die Patrone ist, die man in Bezug auf das nur einmal ziehen kann. Das heißt, wenn man jetzt noch einmal so eine Leistung bringt, dann kann man halt nicht wieder eine Krisensitzung machen und halt nicht schon wieder sagen, wir trainieren ohne Fans. Also das haut dann nicht hin. Da wird man dann sehen, wie sehr das wirklich gewirkt hat. Und was dem FC vielleicht zugutekommen kann, aber nicht muss, ist, dass Paderborn rein grundsätzlich ja auch eine offensiv ausgerichtete Mannschaft ist. Das heißt, wir werden hier nicht auf einen Gegner treffen, der selber bunkert und auf seine Konterschancen hofft. Ich denke, dass Paderborn das hin und wieder im Verlauf des Spiels mal macht, aber rein grundsätzlich ist es ja ein Team mit Offensivblut und so erwarte ich zumindest auch den SCP in diesem Spiel. Daher muss unser 1. FC Köln seine Chancen nutzen und vor allen Dingen, und das ist halt in den letzten Wochen das größte Manko, einfach hoffentlich mal konzentriert und gut verteidigen. Das Stadion wird, denke ich, trotzdem brennen. Die Fans werden die Mannschaft ohnehin supporten und ich hoffe, dass das Team endlich mal was zurückgeben kann. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwer zu tippen, weil beide Teams einen harten Rückschlag hatten am letzten Spieltag. Und ja, weil beim 1. FC Köln gerade bei einer Niederlage schon der Baum brennt und die Unruhen da in jedem Fall noch größer werden, so denke ich es zumindest. Daher muss ich sagen, habe ich mich beim Tippen schwer getan, sage aber unterm Strich, dass ich ein 2 zu 2 unentschieden tippe. Ich glaube nicht, dass wir Paderborn schlagen. Ich denke, wenn man gegen die einen Punkt holt, je nachdem wie der Spielverlauf ist, dann muss man da vielleicht auch mal mitleben. Aber das wäre nur mein Tipp von 2 zu 2. Vielleicht, hoffentlich überrascht uns unser Team ja. Ich halte in jedem Fall, wie ich ja in diesem Video öfters gesagt habe, viel vom Gegner ist eine starke, gefährliche Truppe. Aber wenn unser 1. FC Köln endlich mal ans Leistungslimit kommt, und zwar allgemein, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv, dann sind wir grundsätzlich eigentlich in der Lage, gegen jede Mannschaft zu punkten. Aber das muss natürlich eben auch erst einmal passieren. Ja, Freunde, das wäre mein Matchhead Talk, meine Analyse zum Gegner. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie seht ihr den SCP? Was sagt ihr? Wie geht das Spiel aus? Wie würdet ihr aufstellen? Und dann natürlich, was ist euer Tipp? Ich bin sehr gespannt. Schreibt es mir alles wie immer sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich mich wie immer neben euren Meinungen über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus. Haut da rein. Und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.